da freunde einen wunderschönen guten morgen mein frühstück das frühstück der champions darum geht es aber nicht freunde der berühmte jupon verdammt youtube star redeemer hat mit dem basti von retorix etwas ganz geniales geklöppelt er hat irgendwie geschafft dass es in der karl bürger zentrum also im karl bürger zentrum in nürnberg die erste retro messe in nürnberg gibt und das finde ich absolut hammer geil freunde die erste retrobörse danke dank dem basti von retorix ich finde das ober hammer geil ist diese woche samstag am 15 freunde macht dass diese retrobörse kracht haut rein setzt euch auf die pferde fahrt per anhalter flugzeug irgendwie greta wird nicht dabei sein aber egal es sind viele andere dabei wie gesagt greta ist nicht dabei aber viele andere kommt rent nürnberg ein macht dass diese retrobörse absolut genial wird und ich versuche auch irgendwie dabei zu sein aber irgendwie keine ahnung ich mal schauen wir mal ist meine stimme irgendwie ziemlich am arsch und vielleicht muss ich auch arbeiten man weiß es nicht aber wie gesagt sind viele andere da und freunde haut rein nürnberg 15 februar man sieht sich euer tom karl bürger zentrum ist irgendwie beim anrufen ciao